Wir machen einen neuen Run Und zwar spielen wir Ich hab mal wieder Bock auf den Teufel Ich würde ja gerne Cain nehmen, aber Cain hat mich nur enttäuscht Sodass das nicht passieren wird Ich glaube wir haben nämlich mit Azusa haben wir doch den Teufel Noch nicht besiegt, oder? Oder meine ich Das falsch zu sehen Alter, es kommen wirklich Nur noch Champions Version von den Bossen Ich glaube so langsam auch Dass das an der Spielzeit liegt Krasser Scheiß Alles klar, HP ab So, was hat der Itemraum Und ein hübsches für mich Come on Eine Maske? Ah, das ist die Maske Die auch der Tank trägt, ne? Reduzierter Schaden Aha Und die Champions Version stacken wohl So nach Je nachdem, wie oft du Zum Beispiel Mom, Isaac und Co getötet hast, ne? Ja Schau mal, vielleicht kriegen wir In dem Run & Donation Ding Auf 200 voll Fände ich geil Ja Golden God ist jetzt was anderes Platinum God ist auch nicht mehr Der richtige Platinum God Sondern der Real Platinum God Ist jetzt der Platinum God Die haben ein bisschen was geändert Schlüssel Nicht Aber hier Rainbow Baby Ist okay Gibt Schlimmeres Mal schauen Ich hab Mia Ah Okay Das sieht gut aus Also von dem Leben her Ist das schon mal Eine ganz feine Geschichte Das gefällt mir schon mal Sehr gut Der kleine Brimstone König Hier Ohne Besonders viel Range Okay Dann kannst du noch rechts lang gehen So ist es auch There we go So ein Schlüssel für den Das hier Hier gibt es den Schlüssel wieder Und ich wollte noch Ganz frech hier reingucken Warte Und bemerke Dass da nur Bullshit ist Jetzt setze ich die Foolkarte endlich mal ein Weil das tue ich ja sonst Eigentlich nie Warte mal Ich hab ja ein paar Bomben There we go Oh schade Das wäre so ein hübsches Item gewesen Dummerweise kann ich ja schon fliegen Aber jetzt bin ich nur noch Der Kopf Das sieht gruselig aus Aber mach mal so Ist witzig Ist mal was anderes Wie erstmal hier alles explodiert Und ich Schaden nehme Egal So und Devil Deal Auf jeden Fall Nehmen wir das Pentagramm Noch mehr Schaden Noch mehr Schaden Da lasse ich mich auf jeden Fall Mal drauf ein So Und weiter geht's Genau Hashtag Jedis Traum Er ist wieder da XL Ebenen sind echt selten geworden Ne Aber richtig selten Ich versuche ein wenig zu Oh 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 Jo Man kann ja nicht meckern Hä Die Maske ist weg Hä Guck mal Die Maske ist weg Liegt das daran Dass ich Weil ich keine Roten Herzen mehr habe Alter Nein Pisser Oh Warum kriege ich ausgerechnet Gegner mit Verfolgungstränen Was ist das Sieht aus wie Technology Nur irgendwie anders Der Ludo Der Ludo Wie bitte Äh What Hauptsache Da schreibt einer in Chat Das Ding ist kacke Läuft bei dir Ähm Wie Was passiert hier gerade What the fuck Ich glaube das hatte Bodo gestern Tränen steuern und so Das gibt selber nicht Das gibt selber nicht Wie krass ist das denn Ich bin im Katakombs gerade mal Alter What the fuck Da ist der Boss Ich will nicht wissen Was jetzt passiert Ey Okay Ich Würde sagen One Hit Oder Sagen wir Als Hit kann man das Schon gar nicht mehr bezeichnen Das ist Das ist Eine Sekunde Ende der Gelände What the fuck What the fuck Okay Ich bin ein bisschen sprachlos Ich bin ein bisschen sprachlos Ah Wie schön hell es jetzt ist Obwohl Curse of the Darkness Ist Wow Wow Du musst dich nur noch Auf einen Irgendein Vor allem Das nervige Brimstone Hör ich nicht mehr da Alter Genau Du musst Movement Und das ist genau das Was ich gerade erzählen wollte Bam Äh Du musst Jetzt dich um zwei Sachen Gleichzeitig kümmern Weil Muss schauen Dass du auf der einen Seite Alles Clears Und auf der anderen Seite Musst du dich aber auch noch bewegen Dass du von nichts noch getroffen wirst Ist interessant Traue ich mich ja glatt Diesen Raum Oh Okay Was ist das Diesen Gegner Kenne ich ja noch gar nicht Auf jeden Fall Durfte ich nicht lange Das Vergnügen Mit ihm haben What the fuck Passiert hier Alter Das ist Krank Das ist krank Ich nehme jetzt keine Pille Ich habe vom Pillen Echt die Schnauze voll Joker Falls er nicht spawnt Gehe ich da rein Ich wüsste nicht Wie ich noch mehr Damage machen soll Aber Ach komm Die traue ich mich Weil sie zweimal da liegt Wow Abgefahrener Scheiß Wie ich nicht mehr sehe Was da liegt Ach die Dead Bird Nicht dass mich der jetzt Hier noch interessiert Ich laufe jetzt einfach Nur noch durch Was soll denn da bitte Schief gehen Kann doch gar nicht sein Joa Oh Das ist ja das Achievement von Himmel Kein Damage In den Caves Holy shit Jawoll Oh mein Gott Jawoll Okay 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 Und Nochmal Ne Menge Seelen Oh Oho Ja geil Ja geil Okay Sick Sick Das Ding ist Sick Also das erste Um das ich mich kümmere Ich stelle mich Selbst sicher Und dann Kontrolliere ich die Träne Äh den Ach was auch Was auch immer das ist Was Ich habe keine Worte Dafür was das ist The Ring of Death Genau Das trifft es eigentlich Ganz gut Das ist ja mal Übertrieben krank Einfach in die Ecke stellen Joa Kann man mal so machen Ne Ich sehe den Ring nicht mal Der klärt da hinten einfach Der denkt sich Oh Ja Hm Klären wir mal Ich habe schon Full Ich habe schon full Soulheart Ich spende den Rest Einfach Ich sage doch Wir machen die 200 voll Wow 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 Das tut mir neid Aber Wow Das einfach Alles One Hits Was ist denn das Monkeypaw Kenne ich nicht Wish granted Nehm mal mit Klingt lustig Und nächster Boss Ne Der Ring ist Der Ring ist nicht OP Ne Finde ich nicht Okay Du Okay Der stirbt nicht so schnell Da muss der Ring Ein bisschen arbeiten Boah Evil Range Up Shot Speed Up Was will ich denn eigentlich noch Oh Ich habe meine Devil Karte Irgendwo liegen lassen Aber als würde mich das Jetzt noch interessieren Ey Ne Ne Von und zu Das geht leider nicht Weil Tränen gehen ja durch Äh Den Ring durch Ne Also wenn ich den noch mal Kriege den Ring Dann würde ich den auch nicht noch mal nehmen Ich finde den nicht so gut Es war ganz nett Aber es ist mir zu gefährlich Kurz Angst gekriegt Alter Okay Okay Ich liebe es Wie schnell Hollow Tod ist Ich will ja nichts sagen Aber wird das ein neuer Rekord Na ich weiß nicht Ich glaube nicht Glaube nicht Das Traurige ist Ich habe es ohne Ring Schon mal schneller geschafft Scheiß auf Seven Sin Book Brauche ich nicht mal drücken Nein Oh Gott Oh nein Ich bin vor lauter Schreck Vor den Spinnen Ins Feuer gelaufen Ah Scheiße Oh Scheiße Oh wie ärgerlich Oh fuck Ich dachte ich würde es hier auch noch mal ohne Damage schaffen Ach schade Egal Cathedral gibt es ja auch noch Cathedral gibt es ja auch noch Muss das nur irgendwo parken Oh mein Gott Hat mir jetzt echt ein Feuer da zerstört Ne ich hätte hier nochmal Schaden genommen Das wäre noch bitterer gewesen Achso Jetzt gibt es hier diesen super duper Raum All stats up Dann shuffled Äh Keine Ahnung Komm Was nehmen wir da Was haben wir Ja Chemical Peel